Das ist das letzte Video 2022 von meiner Seite und ja, ich habe auf jeden Fall einiges mit euch zu teilen. Was steht denn jetzt eigentlich nächstes Jahr alles so an? Auf meinem Kanal wird es natürlich weitergehen. Das ist keine Frage und ich werde euch jetzt einfach mal ganz kurz durchführen über die Themen, die wir auf jeden Fall nächstes Jahr weiterhin hier auf diesem Kanal behandeln. Welche Updates es geben wird, es wird ein neues Format geben, all das jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Und starten tun wir damit, dass ich dir da draußen Danke sagen möchte. Dankeschön für dieses unfassbare Jahr 2022 mit allen Höhen und auch Tiefen. Vielen Dank, dass du mich hier immer auf diesem Kanal supportet hast, sei es mit einem Like, sei es mit allein deinem View oder auch einem Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das nächste Jahr. Im Jahr 2023 werde ich wie gesagt auch schon einige Fokus neu legen bzw. das Grundprinzip meines Kanals wird bestehen bleiben. Es wird nur sich einfach ein wenig erweitern. Das Erste, was dazukommen wird und was natürlich auch mit dem Fortschritt vom Vivi kommt, ist nämlich Viviverse Livestreams. Und zwar werde ich zusammen mit euch da draußen, wie wir das dann machen, werden wir dann noch sehen, aber auf jeden Fall zusammen Livestreams im Viviverse machen. Sei es, dass wir zum Beispiel einen Showroom zusammengestalten oder sonstiges mit anderen Leuten. Wir werden uns auf jeden Fall, glaube ich, dort ziemlich viele coole Sachen einfallen lassen. Das ist auf jeden Fall ein Part, den ich definitiv nächstes Jahr mit etablieren werde, dass wir im Viviverse zum Beispiel zusammen einfach Livestreamen und zusammen Spaß haben werden. Ein weiteres sehr cooles Format, worauf ich mich persönlich sehr freue, ist nämlich ein Streamformat mit Chris Vivireisen und Enrico. Chris persönlich hat sich jetzt eher so ein bisschen distanziert von YouTube. Das heißt, von ihm werdet ihr nicht mehr allzu viel auf YouTube sehen. Und ja, trotzdem werden wir dieses Format machen und dementsprechend werdet ihr auf jeden Fall Chris einmal pro Monat auf meinem Kanal sehen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einmal pro Monat einen Livestream machen, wo ihr dann auch reinkommen könnt, Fragen stellen könnt und so weiter und so fort. Also es wird auf jeden Fall hier auch noch weiter Comic-Content geben im deutschsprachigen Raum. Das Ganze aber dann wirklich nur noch einmal pro Monat, wirklich intensiv mit Experten. Ansonsten, wie schon erwähnt, wird es weiterhin Vivi News geben, sei es auf Instagram, auf Twitter und natürlich hier auf YouTube. Das heißt, wenn du mir noch irgendwo nicht folgst, schau in die Videobeschreibung unter meinem Willow-Link, findest du alle möglichen Links zu unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Außerdem wird es ab nächstes Jahr Vlogs geben, ab gegen Mitte des Jahres auf einem Zweitkanal. Dort werde ich dann so ein bisschen auch meine Reise mit meinen Vivi-NFTs dokumentieren, fernab jetzt hier von dem News-Channel, was dann dort auf dem Kanal kommen wird. Und ja, wie das Ganze dann aussehen wird, werdet ihr auf jeden Fall im Verlauf des Jahres dann mitbekommen, werde ich euch natürlich hier auf dem Kanal dann informieren. Außerdem wird es natürlich neben diesem normalen Stream-Format mit Chris und Enrico hier auch einen normalen Stream einmal pro Woche geben, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo ich Gäste einlade, wo wir einfach quatschen, Fragen beantworten und einfach auch diskutieren können. Ich freue mich auf jeden Fall hier auf jeden Fall auf weitere Streams. Ich glaube, dieses Jahr haben wir bestimmt 15 bis 20 Streams gemacht. Jedenfalls mindestens auf meinem Kanal, was mich persönlich super motiviert hat und jedes Mal auf jeden Fall eine Menge Spaß gebracht hat. Außerdem wird es im nächsten Jahr Interviews geben und das nicht nur mit dem Vivi-Team, sondern auch natürlich mit vielen anderen Leuten, zum Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum, die sich in NFTs interessieren. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel mein letztes Interview mit Miss Crypto, einer deutschen Crypto-Influencerin, die in meinem Interview war und wir auf jeden Fall einen sehr entspannten und auch interessanten Talk über das Thema Vivi, wie auch Ecomi hatten. Außerdem, es wird noch ein paar andere Ziele geben. Diese werden aber tatsächlich eher im Background stattfinden. Davon werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist, beziehungsweise wenn ich euch davon überhaupt was erzählen kann. Das heißt, seid da auf jeden Fall gespannt. Das Jahr 2023 wird auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend werden für dich da draußen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mich hier auf dieser Reise begleitest. So, das waren jetzt aber meine Ziele. Schreib mir doch mal sehr gerne, wenn du irgendwelche Ziele hast, in die Kommentare für 2023 und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen dieses Videos. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Jetzt würde ich aber sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall einen wundervollen Start in das Jahr 2023 und wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Jahr, im nächsten Video. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.